Es ist ja, ich würde mir das kurz schon angeteastert hast, habe ich auch natürlich gleich versucht zu überlegen, ob oder wie man diese Parallelen zum Sport ziehen kann, die wir jetzt glaube ich gerade das letzte Mal mehr aufgemacht haben als sonst und das ist ja auch irgendwie eine interessante Sache, weil es gibt ja nicht, oder ich meine es gibt nicht, das kann man jetzt auch nicht so sagen, dass es dieses klassische Onboarding gibt es ja nicht immer, sag ich mal im Sport oder so, gibt es schon, aber nicht dieses klassische wie vielleicht in einem Unternehmen oder so, wo es ja konkret die Möglichkeit gibt dann mit HR oder einfach mit einem Team Leiter oder so einfach mal zusammen zu kommen und irgendwie rumgeführt zu werden oder es gibt ein Willkommenspaket, wo irgendwie Infos drin sind oder du lernst halt selber mal durch bestimmte Schritte einfach das Unternehmen oder dein Team oder deine Abteilung oder deine Arbeitsstelle irgendwie kennen, das gibt es ja fast überall und im Sport wiederum nicht so, aber auch nicht, ist es gar nicht so dramatisch, weil dir der Kontext ja klar ist, also das ist ja, wenn wir jetzt wieder American Football als Beispiel nehmen, wenn du da zu einem Team gehst und sagen wir mal, du hast schon irgendwie gespielt oder hast Erfahrung, dann ist dir der Kontext schon relativ klar, das heißt du weißt, in welche Strukturen du hineinkommst, da gibt es nicht die Notwendigkeit irgendwie großes Onboarding zu machen, weil ja, du schaust dir einfach an, wann die Trainingszeiten sind, dann kommst du zum Training, dort ist die Garderobe, dann gehst du dich umziehen, dann lernst du sowieso Leute kennen und das läuft, aber auf dieser, deswegen fand ich es so interessant, weil ich finde, dass auf dieser Führungskraft Ebene ein Onboarding ist, das klingt schon so strange, einfach nur darüber nachzudenken, weil wie onboardest du eine Führungskraft? Also das ist irgendwie so, finde ich irgendwie einen spannenden Punkt, wo man überhaupt einsteigt bei dem Ganzen. Ich finde schon, dass das ein wichtiger Punkt ist, den man wahrscheinlich immer wieder mal übersieht, weil warum willst du nicht deiner Führungskraft wichtige Punkte mitgeben bezüglich, wie läuft es denn bei uns eigentlich, wie läuft die Kultur bei uns ab, was sind so die Erwartungen, was für Erwartungen probieren wir zu wecken oder zu setzen oder auch zum Beispiel, was ist unser Standard, wonach wollen wir uns richten? Also zum Beispiel, ich habe das genaue Wort vergessen, aber im Kindergarten gibt es oft so ein Qualitätskriterium und das nennt sich so, ich glaube, irgendwie so ähnlich wie der Blick auf das Kind oder das, also irgendwie so, also du hast ein Leitbild vor dir irgendwie und sagst, okay, so wollen wir mit dem Kind umgehen, so wollen wir sehen, so wollen wir mit ihm arbeiten, so wollen wir für das Kind da sein etc. Und das ist natürlich etwas, was man dann schon, finde ich, in so einem Onboarding-Prozess mitgeben kann und auch einführen kann und auch, glaube ich, im Sport wäre das vielleicht ab und zu mal gar nicht so schlecht gewesen, das eben ein bisschen konkreter auszuführen, wie, also was jetzt zum Beispiel die Erwartungen sind. Kulturelles auf den Punkt zu bringen, ist wahrscheinlich schwer, das gebe ich natürlich gern zu, wie willst du irgendwie sagen, so machen wir es hier, ne? Aber ich meine, ich finde, also bei dem Punkt finde ich das insofern schwierig, weil ist nicht der Punkt mit eben, wie sehen wir etwas oder was ist unsere Vision oder Vorstellung, das ist ja für mich schon im Onboarding viel zu spät, also das ist etwas, das besprichst du eigentlich im Aufnahmeprozess, weil wenn du erst dann, wie die Person schon eingegliedert ist oder wird, wenn du dann erst sagen musst, ja übrigens, das ist unsere Vision oder da wollen wir hin, das finde ich schon ein bisschen zu spät. Ist bestimmt zu spät, aber ich finde es immer wichtig, dass man, also ja, klar, es ist ja super, wenn man das im Vorstellungsgespräch bringt etc., aber das ist, glaube ich, kein Punkt, den man so einmal abhakt und dann so fertigerweise jetzt, wie unsere Kultur ausschaut, sondern ich glaube einfach, das ist ein Prozess, der jeden Tag unter Anführungszeichen gegangen werden muss. Und auch dort ist ja oft dann die Frage, ist es nicht das, was man vorgibt, relevant, sondern das, was du akzeptierst. Und genau in dem Zusammenhang musst du, glaube ich, alle daran messen und vor allem dich selber daran messen, was akzeptierst du. Ich glaube, Joko hat das wieder einmal gesagt. Das, was du akzeptierst, das ist die Latte. Die Latte ist nicht, was du predigst. Predigen kann man schnell und viel, aber das, was du akzeptierst, das ist das, was legt und pickt. Ja und dann, okay, ich meine, da bin ich ganz bei dir, dass man das als gesamten Prozess quasi sieht und nicht, also weder nur im Einstellungsgespräch oder im Einstellungsprozess oder Aufnahme, wie auch immer, noch quasi zu spät, wenn die Person schon eingegliedert ist. Also bin ich voll bei dir, dass das eben, der Prozess muss sich von dem Startschuss durchziehen bis, was weiß ich, wie lang. Also das kann man ja, glaube ich, gar nicht so festlegen oder definieren. Und da wäre dann für mich so die zweite Frage oder die zweite Ebene vielleicht, ist, und ich glaube, das ist das, wo du, ich weiß gar nicht, ob du das so jetzt formuliert hast oder wie wir darüber kurz geschrieben haben, ist eben, wer oder wie ist dann zuständig für eben dieses Führungskräfte-Onboarding. Weil es ist eigentlich ganz interessant, das ist ja, klar kannst du immer argumentieren, ja, es gibt immer auch über der Führungskraft noch eine Führungskraft, aber irgendwann muss man ja sagen, ist halt keine schöne Lösung, wenn du einfach nur sagst, naja, okay, dann nimm halt die Person drüber und die Person macht das dann. Weil, ich meine, wir kommen ja beide aus einem massiven Teamsport, wo es halt, dass das um und auf, ja, ohne dem geht es nicht. Da gibt es diesen Gedanken gar nicht, dass nicht quasi das gesamte Team dieses unter Anführungsstrichen Onboarding mitnimmt. Also quasi so als kleine Klammer auf, um das quasi plastischer zu machen, wie es im Sport ist. Also im American Football wäre das, würde das halt nicht gehen, zum Beispiel, wenn ein neuer Coach kommt, dass du dann nur mit deinem Cheftrainer dein Onboarding machst und der dir dann alles zeigt. Weil, also, ja, und was ist mit den anderen sieben Personen im Staff und was ist mit den 40 Spielern, die du auch quasi kennenlernen musst und den Staff außerhalb? Also das geht quasi nicht mehr so, nicht linear, aber das ist halt nicht so abgegänzt, dass, ja, das kann nur die Führungskraft drüber machen, weil einfach, das führt dir dann, also, da geht es ja immer um ein Teambuilding, ne, und wenn du dann nur die eine Führungskraft drüber nimmst, die dich an der Hand nimmt, dann wird es ja umso schwerer, dieses Teamgefüge später zusammenzubauen und das ist irgendwie, finde ich, dann genau der Punkt, wo es nämlich spannend wird, weil man dann überlegen kann, okay, wer ist dafür unter Anführungsstrichen verantwortlich oder zuständig oder in welche Formate möchte man das quasi bringen, dieses Onboarding einer Führungskraft? Ja, aber genau da finde ich, dass eben das, also bei einem Horrorwitz fällt mir da jetzt ein dazu, der alles, also dieses Buch The Hard Things About Hard Things aus der Sicht des CEOs schreibt, also eben mehr oder weniger aus dem obersten, aus der obersten Führungskraft, so wie du das gerade beschreibst, ja. Und was ich da sehr schön finde, wo er zum Beispiel sagt, okay, einer der wichtigsten Prozesse, die du installieren musst, eben als CEO, ist zum Beispiel der Hiring-Prozess. Und da geht es weniger darum, so, ja, dann schick einmal ein paar Anzeigen raus und dann schauen wir schon, wer da kommt. Sondern genau dieser Punkt, dein Hiring-Prozess ist dafür letztendlich natürlich verantwortlich, wie und was für Mitarbeiter du bekommst. Und dann ist eben die Frage, erstens du als Firma, aber zweitens eben mittels des Werkzeuges dieses Recruiting-Prozesses, quasi logst du das beste Potenzial an möglichen Mitarbeitern an und trichtest das dann durch diesen Prozess so durch, dass dann unten, wenn du fertig bist, der Mitarbeiter rauskommt, den du auch gerne haben möchtest. Und da ist natürlich ganz viel drinnen, weil ich meine, jeder von uns hat schon Bewerbungserfahrung gemacht und stellt dort immer wieder fest, was da alles schiefgehen kann auf der Ecke. Zum Beispiel habe ich auch bei uns in der Firma letztens gesehen, dass das, also es ging darum, dass unsere HR-Dame, dass natürlich, also wie die die Firma darstellt, ist unmittelbar relevant dafür, ob sich Leute dafür interessieren werden, ernsthaft zu überlegen, ob sie bei uns arbeiten wollen oder nicht. Überlege einmal, wenn die, die hat dafür wahrscheinlich, ich sage jetzt irgendwas zwischen 5 und 15 Minuten Zeit, einem Bewerber zu erklären, was tun wir da eigentlich und warum wäre es toll für uns zu arbeiten. Wenn die das vergagt, wenn die das nicht zusammenbringt, die Firma gut darzustellen oder auch irgendwie einen falschen inhaltlichen Eindruck vermittelt, sodass sich dann nachher die Erwartungshaltung nicht deckt mit dem, was dann eintritt, ja dann hast du, das ist schon vorbei. Und darum ist das so ein elementarer, wichtiger Prozess, der nur von ganz oben herab gesteuert werden kann. Und ich glaube, an dem scheitert es oft genug, wenn ich mir so viele größere Firmen anschaue, dass da zu wenig Augenmerk drauf gelegt wird eigentlich. Ich meine, das kann argumentieren, dass große Firmen dann sozusagen in diesen Automatismus dann verfallen, wie ein großer Öltanker vor sich hinfahren. Und er redet in dem Buch natürlich viel über Startups, da ist es sicher noch einmal essentiell anders. Aber auch genau da, wenn du wieder an den Sport anknüpfen möchtest, dort ist es genauso. Also die Frage, da kommt irgendwer an und sagt, der möchte gerne im Coachingstaff mitarbeiten. Das sollte ja noch lange nicht dann die Antwort sein, ja, schön, dass du da bist, super. Was es oft genug leider ist. Aber eigentlich solltest du, also das leitet auch dich, das was du vorher gemeint hast, diese Frage, wie, ja gut, passt du zu uns ins Team hinein, sollte sich ja daran aufhängen, was stellen wir eigentlich da als Team, was stellen wir da kulturell und was sind für uns wichtige Punkte und was ist auch der Inhalt dieser Aufgabe? Hm. Ja. Was für mich da als Frage irgendwie auftaucht, weil wir haben ja eigentlich jetzt begonnen, darüber zu sprechen, wie kann oder wie, wie, ich glaube der Startpunkt war doch eigentlich, wie eine Führungskraft umgeht oder sich vielleicht selbst einarbeitet in das Unternehmen oder wie auch immer, wo schon Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorhanden sind, oder? Genau. Genau. Und das passt ja natürlich nicht so richtig zu den Sportbeispielen, weil das natürlich irgendwie eine ganz andere Welt ist, weil, also. Es würde in den professionellen Football passen, wo du einen Roster hast und dann ein neuer Coach reinkommt und der vielleicht der Meinung sein kann, dass das alles so überhaupt nicht passt, wie er das für sich sehen würde, ne? Genau. Aber ich finde auch da, ich wollte also super Einwand von dir und ich wollte den Punkt des Culture Buildings mit einbringen. Also du kommst jetzt rein und ja, je nachdem, ich meine, das hat auch Jocko schön aufgeführt, es gibt halt die Möglichkeit, okay, das ist ein super functional, also ein super funktionierendes Team. Okay, dann wirst du mal gefühlvoll einfach mal alles laufen lassen und dir anschauen, was so passiert. Es könnte so ein, vom Gefühl her oder von den Erzählungen hast du bekommen, dass so ein mittelmäßiges Team sein. Okay, dann wirst du so die eine oder andere Maßnahme mal treffen und dann mal schauen, wie es läuft und oder du kommst her und bist die Feuerwehr, ne? Und das Team tut überhaupt nicht, dann wirst du relativ schnell viele Sachen an dich reißen, natürlich trotzdem viele Gespräche führen da und dort, um Meinungen einzuholen und dir selber ein Bild zu machen, noch viel besser. Aber du wirst natürlich selber sofort aktiv werden und deine Maßnahmen setzen und umsetzen. Und ich glaube, Cultural Building gehört da eben auch dazu. Also ich meine, du kommst dort mal hin, du hast mal eine Idee, was dort ist, du hast vielleicht mit anderen schon vorher gesprochen, du wirst hoffentlich relativ schnell mit Mitarbeitern Gespräche führen und dann wirst du dir am Wochenende oder am Abend oder wann auch immer mal vermutlich die Zeit nehmen und da mal einen Strich drunter ziehen und dann mal für dich einen Vorgehensplan entwickeln, Maßnahmen setzen, dir sagen, okay, ich habe das Gefühl, also Hypothesenbildung, auch das könnte man da einbringen, ne? Also du wirst da mal dich hinsetzen und dir sagen, okay, ich habe das Gefühl, das schaut so und so aus, die Ecken, die funktionieren alle super, die Ecken da drüben, da sollten wir mal genauer hinschauen und aus dem heraus mal einen Plan entwickeln. Und klar, gerade wenn du dann viele Mitarbeiter übernommen hast etc., wirst du mal das für dich überlegen müssen und schauen, wie du damit umgehst. Genau. Und was mir auch noch vorhin so ein bisschen gekommen ist, was ja, ich meine, das geht natürlich in andere Punkte dann auch hinein, aber natürlich auch so ein bisschen finde ich diese, schon auch diese kulturelle Frage im Unternehmen passt quasi zu dieser Hierarchiefrage so ein bisschen dabei, wie offen, sag ich einmal, die Kultur einerseits von bottom up, als auch von top quasi down dann ist, weil ja quasi dann eine, eben dieses ganze Onboarding bekommt ja dann eine ganz andere Dynamik natürlich. Also wenn, und da haben wir, glaube ich, schon auch mal darüber gesprochen, dass es ja bestimmte Dinge irgendwie von der Offenheit, sag ich mal, geben muss zwischen allen Ebenen, weil sonst, puh, längerfristig wird da niemand so richtig glücklich, dann in dem Unternehmen zu arbeiten, wenn du eben zum Beispiel bestimmte Feedback-Dinge nicht ansprechen kannst, weil du halt Angst davor hast, dass dann irgendwas mit deinem Team, deiner Abteilung oder deiner Stelle selber passiert. Und damit finde ich wieder interessant, weil wenn du da schon so ein bisschen eine andere Kultur drinnen hast, also da kann man natürlich jeden lustigen Begriff nehmen, den man möchte mit irgendwie Willkommenskultur quasi in einem Team oder einem Unternehmen, dann ist ja natürlich auch wieder für diese Führungskraft natürlich der Einstieg ganz anders, weil du ja dann vermutlich sowieso die anderen Personen auf einer anderen Ebene kennenlernen kannst. Und ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, wie du gesagt hast, dass man sich ja dann diesen Vorgehensplan macht oder sich quasi Hypothesen bildet oder einfach das Ganze mal versucht zu analysieren von weiter weg, also aus einer anderen Distanz, dass das ja quasi je flüssiger diese Hierarchien sind, desto runder ist dieser Prozess, weil du einfach eben viel mehr Perspektiven bekommst in dem Ganzen. Wenn jetzt quasi die Annahme ist, dass da massive Trennungen sind zwischen dem Mitarbeitenden und quasi einer Führungsebene, sei es jetzt quasi nur Abteilung oder Team oder halt irgendwas Höheres, wenn da massive Unterschiede sind, dann Hausnummer, wird das sechs Monate dauern, bis du das Ganze überhaupt mal verstanden hast als neue Führungskraft, wie denn das Ganze funktioniert. Und da hast du vielleicht noch nicht einmal begonnen, deine Hypothesen zu bilden, weil du erstmal versuchst zu analysieren und zu verstehen, wie diese ganzen Ebenen funktionieren. Wenn du jetzt aber schon so hineinkommst, dass du irgendwie viel besser willkommen geheißen wirst, sozusagen, was ich am Anfang gemeint habe, dass ich quasi nicht auszahle, dass nur eine direkte leitende Person für dein Onboarding zuständig ist, sondern, sage ich einmal, zwei Mitarbeitende aus deinem Team, zwei Mitarbeitende aus einer ganz anderen Abteilung, mit denen verbringst du halt mal irgendwie zwei, drei Tage und du schaust dir alles an, dann wird dein eigener Einarbeitungsprozess ganz anders, weil du von Anfang an diese Perspektiven, die wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben oder diesen Perspektivenwechsel, glaube ich, vor allem beim letzten Mal, den hast du halt automatisch vollzogen in deiner Einarbeitung, weil du dann siehst, okay, wie funktioniert das Team? Aha, okay, das Team dort drüben funktioniert ganz anders und die machen inhaltlich auch vielleicht was anderes. Das heißt, ich glaube, da ist echt viel von diesen kulturellen Geschichten dabei, die allen das Leben einfacher machen würden, weil auch den Mitarbeitenden hilft das ja, wenn dann natürlich diese neue Führungskraft schon ein bisschen eben ihre eigene Seite sieht und vielleicht schon die eigenen Probleme sieht und wahrnimmt und nicht erst irgendwie nach einem halben Jahr drauf kommt, okay, da funktioniert etwas nicht, sondern man hat halt vielleicht eine ganz andere Beziehung zu den Personen, weil man schon in diesem Onboarding dabei war. Und das finde ich eigentlich ganz eine spannende Sache. Und vielleicht abschließend zu dem Gedanken, was wir auch mit Remote Leader so ein bisschen angedacht haben, ist, wie man das auf eine, ich sage mal, digitale Stufe bringen kann, so dass es möglichst einfach von der Hand geht, dass eben diese Hierarchien auf bestimmten Ebenen halt einfach aufgebrochen werden. Und da geht es jetzt gar nicht nur um Führungskraft kommt neu, sondern eigentlich war unsere erste Idee sogar Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kommen in eine Firma oder ein Unternehmen und wie kann man mit Remote Work das Ganze so machen, als wenn ich jetzt gemeinsam Mittagessen gehen würde, in die Kantine oder gemeinsam eine Kaffeepause machen würde. Aber das habe ich quasi jetzt im Remote Work nicht. Und da gibt es natürlich unendlich viele spannende Sachen, die man da auch machen kann. Und das geht halt alles irgendwie diese Kulturbildung im Unternehmen. Das finde ich eigentlich ein super spannendes Thema. Ja, das ist auf alle Fälle noch immer spannend. Das stimmt. Und ich wollte nur ganz kurz nochmal einhaken, weil du gesagt hast, dass diese obere Führungskraft das nicht alleine machen soll. Nein, sie soll es eh nicht alleine machen, aber sie soll diesen Prozess aufsetzen und genau diesen Plan beschreiben, den du gerade gesagt hast. Okay, du bist einmal mit mir ein, zwei Tage und dann gehst du dorthin und dann lernst du diese Leute kennen und dann machst du das mit denen und das wäre eben ein schöner Prozess. Und für den ist sie meiner Meinung nach schon verantwortlich, aber nicht dafür den kompletten Prozess quasi an der Hand nehmen und durchzuführen. Also das wollte ich nur nochmal. Absolut. Aber da ist, finde ich, dann wieder die Frage, wo wir gedanklich oder in der Diskussion halt ansetzen, weil interessiert uns in dem Fall mehr diese, sagst du mal, die oberste Führungskraft, die diesen Prozess überhaupt mal gestaltet und oder, oder sagen wir, oder interessiert uns genau die Führungskraft, die dazwischen reinkommt. Weil eben wie du sagst, ja, es sind ja beide interessante Dinge, weil natürlich muss dieser Prozess so erstmal erstellt werden oder den muss es erstmal geben, bevor halt diese Führungskraft reinkommen kann. Und dann ist halt natürlich die Frage, wie, wobei, na gut, das fließt natürlich beides zusammen. Es ist wahrscheinlich der ganze Prozess spannender, den zu überlegen, weil, also wie wir das ja die letzten Male hatten, wir sind ja ein großer Fan von einem guten Rahmen finden und in dem Rahmen sich austoben sozusagen, aber halt nicht konkrete Methoden von A bis Z vorgeben und alle müssen das irgendwie abchecken und die ganze Zeit befolgen, sondern einfach guten, 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 guten Rahmen finden und in dem kannst du dann machen, wie das für dich passt oder dein Unternehmen passt. Ja, ich glaube auch, dass das da wunderbar in diesen Rahmen passt, weil du müsstest von oben eben vorgeben und sagen, okay Leute, wenn wer neuer bei uns anfängt, dann kommt er nicht am Montag, setzt sich um 8 Uhr auf seinen Schreibtisch und irgendwann am Freitag fragt ihn dann irgendwer, wie es ihm eigentlich geht und ob er eh alles gefunden hat, sondern wir wollen das eben in einem schönen Prozess gestalten, dass er sein Team kennenlernt, dass er seine Arbeitsprozesse kennenlernt, dass er seine Ansprechpartner kennenlernt etc. Und wie das ist, naja, das hängt massiv davon ab, ob du Mitarbeiter, also in welcher Abteilung du Mitarbeiter bist oder auf welcher Hierarchieebene du einsteigst. Das hat natürlich massive Implikationen darauf, was dort passieren wird. Und da passt das wieder wunderbar. Ja, also setzt einen schönen, sauberen Rahmen und lasst den Leuten in diesen Rahmen den Freiraum, dass sie entscheiden können, Decentralized Command, wie und was dort jetzt notwendig ist, damit das ein erfolgreiches Onboarding wird. Das ist natürlich auch die Frage, weil du da sagst immer erfolgreiches Onboarding, die Frage, wie definiert man das zum Beispiel? Naja, also bei uns war das jetzt ein paar Mal, wo dann irgendwie geheißen hat, das war ein erfolgreiches Onboarding. Also die Frage ist, glaube ich, einfach, wie schnell kannst du einem Beitrag einen Wert leisten? Weil du wirst ja aufgenommen mit irgendeinem Grund im weitesten Sinn und der Grund ist meistens, du sollst irgendeine Art von Arbeit verrichten. Und wenn es einfach, und das natürlich auch, je nachdem, was du da tust, unterschiedlich, aber wenn du einfach in der Lage bist, nach zwei, drei Wochen irgendwie schon sinnvolle, alleine, allein selbstständige Tätigkeit zu verrichten, dann ist das halt gut, ne? Wenn das drei Monate braucht, weil, weiß man nicht, dann wird es wahrscheinlich eher schlecht sein. Und ich glaube schon, dass man dieser Zeitspanne das irgendwie ganz gut meistens so abstimmen kann, ne? Und manchmal hat man das Gefühl, ah, das klappt schon super und muss so eine kleine Enttäuschung erleben oder nicht, aber ja, ich glaube, dass Zeit, wann du Wirkung entfalten kannst, schon ein wesentliches Kriterium dafür ist. Aber ist das unterschiedlich bei Führungskräften, würdest du sagen, oder würdest du das auf Ebenen unabhängig sehen, dass egal, wo eine neue Person dazukommt, ob auf einer Führungskräfte-Ebene oder einer Mitarbeitenden-Ebene, sobald irgendwie ein, da anführungsstrichen, Beitrag geleistet wird, ist das erfolgreich? Ich glaube, dass es bei der Führungskraft wesentlich abstrakter ist, das festzustellen. Und mit abstrakter meine ich jetzt einfach schwieriger, weil, um jetzt ein Beispiel zu machen, ne? Ich meine, wenn jemand Schrauben wo reinschraubt, dann siehst du relativ schnell, ob die Schrauben die richtigen sind, ob die richtig angezogen sind und ob er keine vergessen hat. Wenn es aber darum geht, jemand ist für irgendwas, ja, Logistik zuständig, dann ist es natürlich schwierig zu sehen, ob er seinen Laden dort im Griff hat oder ob sie irgendwie, weiß man eben nicht, ja, gute Entscheidungen trifft und so. Also ich glaube, meine Führungskraft ist wahrscheinlich schon wesentlich schwieriger dieser Zeitraum halt. Und man muss natürlich Leuten auch irgendwie Zeit geben, sich zu arrangieren. Und ja, da kriege ich gerade viele Empfindungen von, wo man oft sieht, dass das Leute dann irgendwie probieren, quasi zwanghaft Sachen in die Wege zu leiten, nur damit man sieht, wie aktiv und toll sie nicht sind, was oft immer wieder wahrscheinlich auch schwierig ist. Und es ist vernünftiger dann wäre, sich noch mehr die Sachen auf einen zukommen zu lassen, dabei aktive Fragen zu stellen, um so ein schöneres und besseres und umfangreicheres Bild zu gewinnen, als jetzt in sozusagen blinden Aktionismus umzufallen und dann Dinge zu tun, die man vielleicht später bereut. Also ich glaube, da ist oft das, was Joko gemeint hat, wenn da nicht komplett die Feuerwehr gefordert ist, sondern das einfach eh alle tun, wie sie tun sollen, dann ist es, glaube ich, sinnvoller, einmal gefühlvoller anzufangen, sich einen guten Eindruck zu machen und dann gezielt ein paar Maßnahmen zu überlegen, wo man Hand anlegen möchte. Wenn man dafür nicht übersehen, du hast mit jeder Maßnahme, die du setzt, mit jeder Intervention, hast du einfach die Gefahr, dass du irgendwen vor den Kopf stoßt. Und das soll jetzt nicht heißen, dass du angstvoll agieren sollst. Das ist nicht gemeint, aber du musst dir schon überlegen, das sind Leute, die tun vielleicht schon jahrelang oder in manchen Firmen jahrzehntelang ihre Arbeit und ihren Job und jetzt kommst du daher und bist der Meinung, das kann alles anders gemacht. Gibt es die Gefahr, dass du auch falsch liegst, ne? Und das wäre ungut. Ja, ich fand es gerade, ich habe jetzt gerade wieder diesen Sport, diese Sportparallele so ein bisschen angedacht, weil es ja, also wieder, wenn wir jetzt den American Football zum Beispiel hernehmen und da meine ich jetzt gar nicht nur den Profisport, sondern das war ja eigentlich bei uns auch ähnlich, weil wir folgen ja auch einem ganz, ganz konkreten, ganz bestimmten Jahresablauf. Das heißt, wir wissen, wann quasi die Meisterschaft ist, wann wir eine Pause haben und wann quasi dieses neue Jahr beginnt. Und wenn man jetzt überlegt, genau die Punkte mit, man hat quasi einen Prozess und man kann den befolgen oder eben, wie du gesagt hast, beziehungsweise auch der Joker natürlich sagt, dass man quasi diesen eben Schritt zurücknimmt und erst einmal analysiert und schaut, was passiert. Das ist ja eigentlich eine Riesenherausforderung, wenn man das nicht in einem gezielten, wie soll ich das sagen, in einem konkreten Zeitablauf sozusagen machen muss. Also quasi die, um das ein bisschen besser zu erklären, worauf ich hinaus möchte, das ist quasi die, im Sport ist ja so, dass wenn zum Beispiel die Meisterschaft vorbei ist, dann ist quasi dieses Jahr sozusagen vorbei und abgeschlossen und du hast eine ganz bestimmte Zeit, wo halt einfach mal, anfangs schlicht, nichts passiert. Und wenn zum Beispiel neue Trainer kommen oder ein neuer Coaching-Staff kommt, dann wird der in dieser Phase kommen und dann sozusagen nach einem Kick-Off-Meeting genau diesen eigenen Onboarding-Prozess, sag ich jetzt mal so, beginnen. Weil dann gibt es quasi die ersten paar Besprechungen, dann lernt man vielleicht die Mannschaft kennen, dann lernt man vielleicht die um den Verein herum alles kennen, dann kommen die ersten Trainings. Also da ist ja dann quasi der Prozess wieder vorgegeben, einfach nur dadurch, weil das Jahr quasi vorgegeben ist, wann du was machen musst. Und ich habe jetzt gerade überlegt, dass das ja natürlich wieder, dieser Rahmen ist halt sehr schön gegeben, weil du hast jetzt eben nicht den Zwang, also ich sage nur, das ist quasi dem implizit oder dem inhärent, dass du nicht stressen musst, dass du diesen Prozess herausfindest und das kennenlernst, weil du genau in diesem Leerlauf reinkommst normalerweise. Und klar, es gibt natürlich auch im Profisport oder generell in allen Sportarten, gibt es natürlich auch die Situation, dass Trainer während der Meisterschaft rausgeschmissen werden und dann muss halt ein neuer Trainer sozusagen reinkommen. Aber wenn wir uns ehrlich sind, ist ja in dem Kontext nicht dieser gleiche Onboarding-Prozess drin, weil es ist jetzt, meistens kommt dann ein Trainer, der macht so die letzten fünf Wochen. Und okay, ich meine, das Schiff ist schon über Wasser und irgendwie der Hafen ist sichtbar und okay, dann kommt ein neuer Kapitän. Hände aufs Ruder und bloß nichts machen und das Ding wird schon fahren. Also selbst wenn die Mannschaft davor am implodieren war, Steady Hands, wie man so schön sagt. Da gibt es zumindest einen jemanden, der das angreift und dann fährst du zumindest mal diese Phase fertig. Und da ist aber irgendwie für mich jetzt so spontan dieser interessante Punkt, dass du das im Unternehmen oder in unterschiedlichen Unternehmen hast du das eben nicht oft gegeben, dass du weißt, ja, da ist mal so eine Übergangsphase, wenn dann eine neue Führungskraft. Und das macht die Sache, finde ich, ziemlich tricky. Wo es mehr Firmen gibt, als man glaubt, die ein saisonales Geschäft haben, wo das dann natürlich schon auch vergleichbar ist, wo dann einfach klar ist, okay, also sich vor Weihnachten oder ähnliche Beispiele, ist es massiv und da ist die Arbeitsbelastung hoch und da ist der Stress hoch und wenn man es irgendwie timen kann, dann wird man dort niemanden noch frisch dazu mit an Bord holen. Genau. Und ich glaube, da wird es aber interessant, dass wenn wir die Sachen eben ausklammern, die eben den Zeitablauf inhärente Pausephasen sozusagen drin haben, wo du halt diesen Reboot automatisch drin hast, wird es ja eben interessant mit, wie gehst du damit um oder wie kannst du diesen Prozess tatsächlich gestalten oder steuern, wenn du diesen, unter Anführungsstrichen, Luxus nicht hast, sondern irgendwas passiert und okay, du musst jetzt mitten in der, unter Anführungsstrichen, Saison die Führungskraft wechseln. Da wird es nämlich spannend, diesen Rahmen nicht zu lose zu machen, aber auch nicht eben zu eng zu schnüren, weil sonst, ja, also dann ist das Onboarding für alle beteiligten Ebenen irgendwie schwierig. Aber ich glaube, da trifft es, was du vorher gesagt hast, dieser Steady Hand Approach und einfach auch, und ich glaube, dass du noch Interims-Headcoaches oft, also einfach mal alles, alles mal prinzipiell so lassen, wie es ist. Das ist genau das, was Joko auch sagt. Ja, also ich meine, wenn das halbwegs tut, dann warum willst du alles angreifen? Wenn aber klar ist, da gibt es ein paar Maßnahmen, die einfach dringend erforderlich sind, weil sonst ist alles vorbei, dann wirst du die natürlich angehen und umsetzen. Ich erinnere mich an einem Beispiel, ich weiß nicht mehr, welches Team es war, aber da wurde eben auch der Trainer kurz vor Saisonende gewechselt oder mitten in der Saison schon und dass eine der wenigen Sachen, die eben geändert worden sind, war die Trainingsroutine, weil der gute Mann, der gegangen worden ist, der Meinung war, dass er, ich weiß jetzt nicht, irre viele Trainings in einer Game Week, wie man sagt, dass er in der Woche vor einem Spiel abhalten wollte, mit einem sehr hohen Intensitätslevel, was durchaus ungewöhnlich war für den Zeitpunkt. Und da wurden vom neuen Dreams Head Coach eben Maßnahmen gesetzt, dass das Schedule, also der Zeitplan in der Woche und pro Tag wurde angepasst und verändert. Aber das war es quasi. Das war die einzige Maßnahme, die er so im Wesentlichen, also die natürlich nach außen gedrungen ist, aber die er im Wesentlichen umgesetzt hat und durchgesetzt hat. Und dadurch hat sich dann auch bei den Spielern, weil das war scheinbar ein großer Teil der Frust bei den Spielern, dadurch hat sich der gelöst und dann ist es leichter und besser gegangen für den Rest der Saison. Und das ist ein schönes Bild dafür, oder? Also du möchtest, wenn da irgendwo, wenn es wo brennt, naja natürlich, dann musst du dort hingreifen und den Brand löschen. Aber wenn es nirgends brennt, dann hat man, glaube ich, ein bisschen Zeit. Ich meine, ich glaube, das Beispiel ist insofern auch gut, weil ich finde, das unterstreicht nochmal den allerwichtigsten Punkt, nämlich diesen Schritt zurück und erstmal analysieren, so gut es geht. Weil du einfach, also die Chance besteht, dass du quasi feststellst, okay, es gibt nur eine einzige Mini-Sache, die man anpassen muss und dann fährt das Ding wieder halbwegs normal weiter. Und das ist quasi, finde ich, ein schöner Punkt, dass du halt nicht sofort reingrätschen musst sozusagen und das Ganze zerhacken musst und so, hier, ich komme mit meiner eigenen Philosophie hinein. Wobei, also, das können wir vielleicht sogar als Aufhänger nutzen, um das Ganze weiter zu spinnen, weil das ist ja auch, glaube ich, so ein wesentlicher Punkt, dass du, sobald du mit deiner eigenen, ich sage es einmal, Führungsphilosophie, was auch immer das bedeutet, also, das kann man vielleicht auch ausdiskutieren, wenn du Beinhardt mit der reinkommst, dann ist die Chance größer, dass du daneben greifen wirst, selbst bei der Analyse, als wenn du einfach nur mal reinkommen und kennenlernen und verstehen das Ganze. Darum hat mir dein Wort Analyse noch nicht so ganz gut gefallen, weil Analyse klingt für mich so ein bisschen passiv und ich in meinem Kämmerchen und ich würde eher hindeuten in Richtung Dialog und Fragen. Ich glaube, du meinst eh, aber ich wollte es nur nochmal wortlich, also, das Wort nochmal nachschärfen, zu sagen, es ist viel mit denen, die dort arbeiten, es ist viel mit, also Gespräche einfach, 360 Grad, einfach reden, reden, reden mit jedem. Du musst ja nicht alles irgendwie umsetzen oder tun, was jeder sagt, aber du musst es einmal gehört haben und mit dem dein Bild, was du eh schon hast, sozusagen nochmal fertig ausmalen. Absolut. Also, finde ich auch wichtig, ja, also Analyse soll jetzt nicht heißen, du setzt dich vor deine Excel-Tabellen und dann versuchst du irgendwie aus deinen Formeln hier eher deine lustigen Sachen auszurechnen, sondern quasi genau der Punkt, den ich am Anfang schon mal gemeint habe, dass, finde ich, zentral ist, dass einfach auch so eine, ich sage es nochmal, diese Willkommenskultur einfach da ist, dass du, wobei das ja auch wieder so eine Kommunikationsgeschichte ist, dass du halt schon klar machen musst, dass du, ja, jetzt werde ich wieder das Wort nutzen, aber dass du erstmal in der Analysephase bist und dass das bedeutet, dass du mal alle kennenlernen möchtest, weil, ich meine, auch das kennen wir, glaube ich, alle, ist, dass eben neue Mitarbeiter oder neue Führungskraft kommt dann rein, ja, sagt mal hier kurz Hallo, ja, schaut sich mal so zwei, drei Mappen an und dann ist schon quasi ins Büro verschwunden und arbeitet dann quasi von dort aus, lässt sich bei den ersten paar Meetings und so blicken, ist eh klar, aber da ist halt jetzt nicht so dieser Connection da mit diesem Kennenlernen und Gespräche führen und ich glaube, da wird es ja wieder interessant, wenn du das offen kommunizierst, dass du sagst, ja, ich bin jetzt in dieser Onboarding-Phase oder in dieser Analysephase und quasi no judgment, sondern ich möchte einfach nur mal hören, was bei euch passiert oder wie das läuft, nur da ist quasi eben wieder, um dann den abzuschließen, dass das muss aber ja in einem viel größeren Prozess eingebunden sein, dass alle Personen wissen, dass diese Offenheit sozusagen nicht bestraft wird oder nicht schlecht ist, weil das kann ich mir auch vorstellen, also wenn du das nicht in einen Gesamtprozess einbettest, dann, ja, zeig mir die Person, die von vornherein so offen ist, dass sie die neue Vögel kann, so, ja, hier, komm mit auf einen Kaffee und redet offen über Probleme, das wird ja niemand machen, also es ist, das ist eben wieder dieses Kulturelle, was du am Anfang gemeint hast, super wichtig. Ja, also ich bin vorher jetzt gerade schon total angesprungen, wie du Willkommenskultur gesagt hast und das hat mich irgendwie getriggert mit, wenn du wo frisch reinkommst und dort, also jetzt, ich probiere gerade den Bogen ein bisschen zu spannen zu meinem Eingangsstatement, also du kommst irgendwo hin, dort, dort, oder du bist vielleicht eh schon dort und wirst aus dem Mitarbeiterkreis heraus befördert zum Beispiel, das kann ja auch sein, ja, und du bist der Meinung, dort hat es zu wenig Kultur zum Beispiel, dann würde ich schon eben sagen, und das ist vielleicht jetzt ein spannender Punkt, wie stellst du das an, ja, ich glaube schon, dass es ganz wichtig wäre, dass du Kultur schaffst dort, Kultur erzeugst, Kultur einforderst, was auch immer das jetzt, also das sind jetzt große Worte sozusagen, aber, und dann sind wir wieder beim, das was du akzeptierst, das zählt und jetzt geht es darum zum Beispiel, okay, nennen wir es mal zum Beispiel, die Arbeitsmoral ist überschaubar, du bist aber nicht der Chef von denen, ich bringe jetzt das ein bisschen auf unser Eingangsthema zurück, ja, du bist aber gar nicht der Chef von denen, die arbeiten nur blöderweise für dich, wie stellst du es an, dass die irgendwelche Worte fleißiger, motivierter, engagierter zu Tage werken? Also diese Frage würde ich jetzt mal in den Raum stellen und und die finde ich aber total essentiell, ja, weil die hat fast alles von Führung drinnen eigentlich und, und also sogar ein bisschen Führung mit, mit verbundenen Armen so ungefähr, ne, weil du kommst dort rein und kannst nicht richtig viel tun, das Team gibt es auch schon, rausschmeißen kannst du es auch nicht, so, wir lesen das Leger mal los, ne? Teilseiten, das ist eine super Frage, ja. Ja, wobei, ja, das ist, das ist einfach, das ist unheimlich schwierig, wie man, wie man, wie man, wie man, äh, diese Kultur aufbaut, wenn sozusagen keine Kultur vorhanden ist, weil es ist eben, wie du, wie du, wie du gesagt hast, es ist auch relativ schwer reinzugehen und dann so, hey, hier, Dienstagnachmittag machen wir das erste Kultur-Meeting, ich nehme die Kultur mit und präsentiere sie euch mal und, äh, ab Mittwoch, äh, ist dann Kultur. Aber, ja, 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 vollkommen richtig, ich habe mir nur jetzt gerade gedacht, äh, wir, wir sind eh ein bisschen kopflastig, machen wir es ein bisschen konkreter vielleicht, ja? Ja, sprechen wir konkret über, ich weiß nicht, wie, 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 wie deine Feld, äh, Feld, wie sagt man, ähm, Expertise, äh, dort ausschaut, reden wir, sprechen wir Kindergarten, ja? Also, jeder, jeder war ungefähr, die meisten waren dort, ja, du hast, du hast irgendwie mehrere Gruppen, das kann von einer sein bis zu 15, glaube ich, oder noch größer, je nachdem, also, wenn das wirklich innerstädtisch irgendwie was sehr Großes ist, du hast meistens eine sehr flache Hierarchie, du hast irgendwie Kindergartenpädagoginnen, soweit ich es weiß, du hast irgendwie Assistenzkräfte, die dann zum Beispiel eben oft nicht beim selben Arbeitgeber beschäftigt sind, jetzt wenn du gerade irgendwie an Gemeinden oder so denkst, weil die sind dann nämlich von der Gemeinde und, äh, die Pädagogin ist vom Land, ja, man kennt das aus dem Schulbereich, da ist das so ähnlich, da sind dann Haustechniker und so auch nicht dort angestellt, wo die Lehrer angestellt sind und, und jetzt kommst du dort rein und, äh, ich hätte schon ein paar Ideen, wie man es anstellen könnte zum Beispiel, aber mich würde interessieren, ob du das auch so siehst. Wie könnte ich Kultur aufbauen? Das, was ich eingangs schon erwähnt habe. Ich meine, alles dreht sich im Kindergarten, hoffentlich, hoffentlich, wichtiger Punkt, um die Kinder, ne? Also, das würde man jetzt mal naiv irgendwie so, so da hinstellen, ne? Und im Idealfall teilst du als, ich nenne es jetzt mal als Mitarbeitergruppe, also alle derer, die in diesen, Anstalt darf man das nicht nennen, wie nennt man das dann, in diesem Kindergarten sind, teilen hoffentlich, zumindest auf dieser Ebene, teilen, wie sie ihre Arbeit gestalten wollen. Und mit Arbeit gestalten wollen meine ich, wie, mit wie viel und welchem Respekt sie zum Beispiel dem Kind gegenüber auftreten. Sehen sie das Kind quasi als, ja, na, ist blöd, dass das auch da ist, aber eigentlich mache ich da meinen Job. Oder ist sozusagen alles dem Wohle des Kindes untergeordnet? Oder auch nicht? Und das äußert sich dann an konkreten Fragestellungen auch zum Beispiel, ne? Weil es ist die Frage, kennen Sie das beim Essen? Musst du zusammen essen oder nicht, ne? Und das wäre jetzt irgendwie interessant, wenn in der einen Gruppe sozusagen alle Kinder gezwungen werden, wie früher, dass sie alles zusammen essen, weil es ist ja jetzt Mittag? Oder kann jedes Kind für sich entscheiden, wie viel es essen möchte? Und das ist die Frage, würdest du sagen, dass man das auf zumindest eines Kindergartens einheitlich haben muss zum Beispiel? Ich meine, an sich sind die, also die Beispiele, die du jetzt gebracht hast, finde ich, sind alles Beispiele, die man idealerweise zumindest mal andiskutiert haben müsste oder sollte. ob das dann Konsequenzen sozusagen mit sich zieht, sei jetzt mal quasi aus und vor. Weil erstmal geht es ja und da schließe ich quasi an die Sachen an, die wir jetzt die letzten Wochen immer wieder besprochen haben, nämlich diese Reflexion und das Verständnis von der eigenen Arbeit und von auch der Welt um einen herum sozusagen. Weil die Fragen, die du jetzt gestellt hast, gehen für mich teilweise auch schon so ein bisschen in so Moralvorstellungen hinein. Und klar, Kindergarten ist jetzt natürlich eine ganz andere Welt, aber trotzdem ist ja eben so die Grundfrage, wenn wir das quasi einander gegenüberstellen mit wie stehen wir den Kindern gegenüber und dann diese Detailfragen mit ja, wie gehen wir mit dem Essen zum Beispiel um. Und das finde ich halt eigentlich eine sehr schöne Dynamik, gerade in diesem, ich sage es jetzt wieder, Analyseprozess. Weil du möchtest dir über beide Dinge sprechen, weil du ja dann irgendwie verstehen möchtest, auf welcher Reflexionsebene die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind zu den Fragestellungen. Das heißt, was du, glaube ich, ganz im Anbau auch schon gesagt hast, diese Werte, die halt irgendwie so die Kultur ausmachen, die sind super wichtig. Nur die musst du halt, glaube ich, auch wirklich ansprechen oder halt aktiv in den Vordergrund heben, weil es ist ja auch möglich, dass darüber gar nicht reflektiert wird. Also es ist ja, ich meine, quasi mein Bereich ist ja dann mehr Schule oder dann Hochschule und da gibt es jetzt auch nicht so oft diese Fragen mit, ja, aber wieso bist du denn eigentlich eine Lehrperson geworden? Weil das ja, also wieder jetzt Kindergarten und Schule und Bildung ist ja generell schwieriges Thema auf dieser moralischen Ebene zu besprechen, finde ich, weil ja oft einfach dieses Berufungsgefühl natürlich da ganz drin ist, dass man sagt, ja, ich möchte mit Menschen arbeiten oder Menschen helfen, dann stellt sich ja eine gewisse, eine Wertefrage oder Moralfrage stellt sich ja dann nicht mehr. Warum nicht? Das ist mir noch nicht so ganz anleuchtend. Also quasi, weil ja dann die Detailfragen viel wichtiger sind. Also jetzt im Beispiel Kindergarten, wenn es heißt quasi, ja, wie gehen wir mit dem Kind um oder das Kind ist quasi so, dass, in Anführungsstrichen, das Wichtigste, weil quasi darum geht es, also deswegen sind wir alle hier und dann wird es aber eben spannend bei den Detailfragen nämlich, wie stehst du dazu, wenn das Kind sagt, es möchte das nicht aufessen oder zwingen wir alle Kinder, das aufzuessen, weil dann bekommst du ja schön diesen Kreislauf hin mit, was heißt das für diese Grundeinstellung? Aber ich würde doch behaupten, dass die, dass die voneinander quasi abhängig sind, oder? Genau, ja, da wollte ich hinaus. Ich habe eine Vorstellung, aber ich bin vielleicht zu weit weg vom Fach, ja. Ich würde sagen, in dem Moment, wo du dir oder als Führungskraft oder wie auch immer deiner Haltung bewusst bist und sagst, ich möchte Dinge so handhaben, aus dem Moment solltest du doch die Frage des Essens und ich habe es absichtlich so konkret runtergebrochen, solltest du dann doch ableiten können aus dieser Haltung, aus diesem Grundverständnis heraus. Genau, aber das klappt ja erst, wenn die Mitarbeitenden genau das Gleiche machen. Nur dann kommst du ja dahinter, was die Kultur ist und wie du das dann verändern kannst. Also quasi ich wollte, was ich, dann habe ich es vielleicht nicht so ideal rübergebracht, aber für mich ist das quasi ein sehr dynamischer Kreislaufprozess mit was ist so die Grundvoraussetzung oder die Grundmoral, wie auch immer und was sind die Detailfragen. Und wie du gesagt hast, das fließt für mich alles zusammen, aber quasi das ist auf Mitarbeitenden-Ebene auch zentral. Weil wenn wir jetzt davon ausgehen, dass quasi die Führungskraft reinkommt und ich als Führungskraft habe meine Vorstellungen, muss ich ja trotzdem erst mal verstehen, wie denn dieses Konstrukt, das schon da ist, funktioniert. Das heißt, ich kann jetzt nicht reingehen und alles aufstülpen und sagen so, hey, hier, das ist meine Moralvorstellung und ich finde, beim Essen sollte das aber so sein und dann quasi keine Diskussion drüber, ist ja wieder nicht der schöne offene Prozess, sondern wir wollen ja quasi reingehen, ohne zu bewerten, ohne irgendwie ein schlechtes Gefühl zu erzeugen, diese zwei oder drei Leitfragen stellen und dann drüber reden und halt versuchen zu verstehen oder kennenzulernen, wie denn diese Reflexionsebene oder bei den Mitarbeitenden ist und dann kann ich vielleicht mehr diese Kultur beginnen aufzubauen, weil dann komme ich, wenn ich feststelle bei den Diskussionen, dass hier bestimmte Vorstellungen sich quasi irgendwie Kopf an Kopf treffen, dann kann ich super beginnen zu arbeiten oder darüber zu diskutieren und die spannende Frage ist ja dann vielleicht eher, ob man das dann nochmal, soll ich sagen, reinforced, dass wenn man merkt, ja okay, das passt oder wir decken uns in den Vorstellungen, dass man sagt, ja gut, dann können wir quasi auf der Ebene schon weiterarbeiten oder das sehe ich auch so oder das ist gut oder wie auch immer. Also es ist, es finde ich eine interessante Sache, aber es ist, ich glaube, es ist nur, es ist nur möglich, wenn es auf Mitarbeitenden Ebene auch passiert, weil sonst endet das halt schnell im Predigen, dass du halt reinkommst und sagst, ja aber hier, das muss so gemacht werden und da kannst du halt keine Kultur drauf aufbauen, also wenn wir jetzt bei dem, bei der Idee bleiben. Ja, das war nämlich mein Punkt in dem Gespräch, was ich eingeführt habe, wieder wie das Thema an mich herangetragen worden ist. Also, ja, du kommst ja dann in die Situation, ich habe dann den Punkt gebracht mit dem, was du halt zulässt, das ist das, was zählt, ne? Und also es ging im konkreten Fall irgendwie um Beschwerden von Eltern über den Umgang, ich glaube beim Abholen oder irgendwie so. also mit, weißt du ja, mit den aktuellen Maßnahmen und so ist das alles ein bisschen heiklicher und, und, und es gab sozusagen eine Beschwerde darüber, dass das immer wieder, wie soll ich sagen, ich glaube ungute Situationen irgendwie war die Beschreibung und, 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 also genug Anlass von den Eltern oder vom Konkreten irgendwem als Vater, glaube ich, dass er sich telefonisch sozusagen darüber beschweren möchte, wie das stattgefunden hat, und dann ist die Frage, jetzt kann man natürlich das Gespräch suchen mit der betreffenden Mitarbeiterin in dem speziellen Fall, und wie stellst du es jetzt aber an, die tut quasi nicht so, wie du es gern hättest, um das jetzt irgendwie sehr zuzuspitzen und dann sagst du, liebe, liebe, das, das sollte man doch anders tun, dann kann sie ja darauf sagen oder, oder sofort den offenen Widerstand gehen, aber in dem Moment, wo du dich wieder umdrehst, weil du wieder halt andere Tätigkeiten machst, weißt du ja quasi wieder nicht, ob sie es tut, und du bist sofort in diesen ganz spannenden, McGregor hat seine XY-Theorie erfunden, oder, oder allgemein dieses Vertrauensthema sozusagen in der Führung, und der andere sagt einfach, ist mir wurscht, und hat null Konsequenz zu befürchten, also, und da, da sind wir jetzt voll drinnen irgendwie in dieser Frage, okay, der andere hat mehr oder weniger offen klar gemacht, ihm ist wurscht, er weiß auch, dass es wirklich wurscht sein wird, und wie stellst du es jetzt an, so quasi, you go, ja, wie stellst du es an, dass du, dass du es trotzdem besser machst in Zukunft? Ja, aber ich finde, da war ja schon, für mich war der Fehler schon drinnen, indem man zu der Mitarbeiterin oder zu den Mitarbeitern, wie auch immer, dann hingeht und sagt so, ja, aber ich denke, das hätte man so machen sollen, wieso hast du es nicht so gemacht? Ist ja schon, bist du ja schon zehn Schritte zu weit und schon lange falsch abgebogen? Ja, jetzt ist es. Weil dann fehlen dir ja genau die Dinge, die wir jetzt vorhin gesagt haben, mit, du möchtest erst mal verstehen, wieso hast du das so gemacht? Was ist deine Vorstellung? Und das muss man erst mal hören, weil du, also, quasi genau dieses Kulturelle dann sofort gegeneinander aufzustellen, macht ja keinen Sinn, also dann kann ja nie was Gutes rauskommen, weil, wie du es jetzt quasi mit den Konsequenzen schön dargestellt hast, ich meine, da ist quasi so eine Mini-Möglichkeit da, dass es doch positiv wird, wenn aus irgendeinem Grund die Mitarbeiter oder Mitarbeiter sagt, ja, stimmt, das sehe ich ein. Aber das ist nicht realistisch. Das ist total nicht realistisch. Und da gibt es ja auch keine Entwicklung. Das Spannende ist ja tatsächlich, vielleicht in dem Fall, weil bin der dann nicht mit solchen Abholungsgeschichten hatte ich in der Schule ja genauso quasi Erfahrungen. Es ist quasi genauso. Ich meine, du kannst mit der, mit der, mit den Elternteil zuerst sprechen mit, was sind denn genau die, diese Werte, Unterschiede oder Probleme, die da entstehen bei der Situation. Dann kannst du die Mitarbeiter und Mitarbeiter auch fragen, so ja, wieso hast du das so und so gemacht? Und dann kannst du das ganze Gespräch erst eröffnen, weil, also du kannst jetzt weder zum Elternteil noch zu deinen Mitarbeitern und Mitarbeitern hingehen und sagen so, ja, aber hier, ich sehe das ganz anders und ich finde, das sollte man so machen, wieder sofort verloren. Also da gibt es kein, kein positives Ende von dem. Ich meine, also, ich fasse zusammen, also du, du holst dir sozusagen mal die, die Idee ab, die dahinter lag, hinter dieser, hinter dieser, nehmen wir es mal, nein, das ist noch keine Maßnahme, hinter dieser, wie halt die Arbeit verrichtet wurde, verrichtet wurde und dann kommt, und das ist die spannende Frage, was kommt dann? Ich habe gerade letztens auch wieder in der, in der Supervision darüber gesprochen, über die, über die, das, was wir so viel sprechen, die Reflexionsfähigkeit von Menschen und dann kam ein bisschen zurück, naja, ob denn wirklich alle Menschen gut sind in diesem Reflektieren oder das überhaupt können, ich muss gestehen, so habe ich es noch gar nie gesehen, also ich wäre schon davon ausgegangen, dass das alle können, das war aber in dem Fall nicht mehrheitsfähig, diese, diese Aussage, also, dass konkret manche sozusagen das nicht auf die Reihe bekommen, dass sie über sich und das, was sie tun, nachdenken, sondern das passiert, das wollte ich auch unbedingt heute noch einbringen, in diesem Punkt, und es ist schön, dass das mir jetzt auf der Ecke gegeben ist, also ich war komplett entsetzt aus dem Häuschen, also wie man sozusagen nicht über sein Tun und sich selbst in dem Prozess des Tuns nachdenken kann und gerade, weil wir so viel darüber sprechen wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob du schon irgendwie Erfahrungen hast, wo irgendwie offensichtlich wurde, dass das nicht möglich ist. Also das halte ich für sehr gewagt zu sagen, dass es Menschen gibt, die das gar nicht können, wo ich dabei wäre, ist zu sagen, dass es eine riesen Skala gibt von, es gibt Personen, die das sehr schlecht können und es gibt Menschen, die das sehr gut können, aber die Personen, finde ich, wo man sagen würde, die können es nicht mal als Skill oder Fähigkeit oder wie auch immer man das nennen möchte, sind das nicht quasi so die, diese Massenmörder und Psychopathen, die dann einfach einmal 20 Menschen umbringen, ohne dass sie es wissen würden. Nicht alle, aber halt quasi diese, wie soll ich sagen, also dass man einfach so austickt unter Anführungsstrichen und halt einfach so ein Blackout hat. Weil, also, muss ich nochmal nachlesen, wie es da in der Psychologie ist oder ob es irgendwie mehr Forschungen dazu gibt, aber das halte ich für sehr gewagt, dass man sagt, na, es gibt Menschen, die können das gar nicht. Das finde ich sehr gewagt. nicht bösen so unter Anführungsstrichen, diesen Verdacht habe zumindest ich und ich glaube auch du schon doch durchaus ein paar Mal geäußert. Weil ich meine, viele Dinge auf der Welt lassen sich nicht erklären, wenn man sagt so, hey, hast du schon einmal darüber nachgedacht, was du da eigentlich tust? Und die Antwort für mein Gefühl ist viel zu oft, naja, okay, ich glaube, du hast noch nie darüber nachgedacht. Ja, aber das sehe ich wieder nicht so, weil ich meine, das würde ja dann verleugnen, dass es quasi böse Menschen an sich gibt. Weil dann wäre irgendwie so ein bisschen die Ausrede immer, ja, aber das, was du da gemacht hast, das war schon ziemlich brutal und böse. Und wenn man dann sagt, okay, die Person hat einfach nicht darüber nachgedacht, das stimmt ja nicht. Also, ich meine, was ist, wenn die Person sehr wohl auf einer gewissen Prozentzahl sich dessen bewusst war, dass sie da etwas Böses macht? Und es gibt, es gab schon immer böse Menschen und es wieder immer böse Menschen geben. Also, das einfach so als Charakterpunkt irgendwie wegzutun, dass, nein, nein, es kommt einfach vor, dass Menschen nicht darüber nachdenken, was sie machen. Schwierig. Den Punkt kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil ich glaube ja, also, ich wollte ja nicht sagen, dass Menschen, die Böses tun, nicht darüber nachgedacht haben. Ich glaube, die denken sehr wohl darüber nach. Das ist ihnen halt wurscht. Also, ich glaube eher, dass... Eben, aber dann haben wir ja trotzdem die Reflexion drin. Sie haben ja darüber reflektiert und gesagt, ja, eben. Egal. Und darum glaube ich nicht, dass das Gut und Böse da quasi der richtige Maßstab ist, weil ich bin überzeugt davon, und meine Psychopathen kennen mich nicht gut genug aus, aber dass auch die, glaube ich, sehr wohl darüber nachdenken und sich sicher denken, ja, ist ein bisschen crazy, was ich da mache, aber es ist mir halt auch wurscht. Aber dein Beispiel kam ja jetzt aus einem negativen Aspekt heraus, weil du gesagt hast, ja, puh, hättest du darüber nachgedacht, dann hättest du das sicher anders gemacht. Das ist ja eine negative Konnotation, weil du ausgehst, dass das, was die Person gemacht hat, schlecht war, ergo, die Überlegung ist, ja gut, wenn man was Schlechtes macht, ist es möglich, dass man nicht übernacht deckt. Aber schlecht ist man nicht böse. Die Person, ja, aber ist ja trotzdem negativ. Ja, das stimmt. Und das kann ja dann nicht gelten, wenn es nur für negative Sachen gilt. Sonst müsste man ja genauso davon ausgehen, dass, hey, die Person hat gerade irgendwie jemanden aus einem brennenden Auto gerettet, mega schlechtes Beispiel, aber hat halt irgendwas Positives, Gutes gemacht, oder hey, du hast quasi dieses Problem gelöst und den Prozess vereinfacht und dann fragst du die Person, und wie ist es dir dabei gegangen und die Person sagt, ist mir nicht mal aufgefallen, dass ich da jetzt diesen Prozess so toll löse. Das hat noch nie jemand gesagt. Also es geht immer nur auf diese negative Konnotation, dass wenn etwas schlecht passiert, dann sagt man als Reaktion, ah, die Person hat sicher nicht nachgedacht darüber. Deswegen finde ich das so schwierig, so quasi schwarz-weiß zu sagen, es gibt Menschen, die nie reflektieren. Weil dann, also dann sind wir irgendwie in einem Logikwirrwarr drin, das sich halt einfach nicht sinnvoll ausformulieren lässt, irgendwann mal. Ja, da gebe ich gerne recht, ja. Aber ich meine, zurück zum ersten Punkt, weil der ja natürlich mega spannend ist, ist wie, wie bekommt man Menschen dazu zu reflektieren? Nehmen wir das mal quasi außen weg, ob das, ob diese Fähigkeit alle besitzen oder nicht, sondern eben die Frage mit, wie würde ich überhaupt zu dem Punkt kommen, dass man sagt, man reflektiert. Ja. Weil eben, bleiben wir ein bisschen beim Beispiel, also irgendwas funktioniert beim Abholen nicht und dann wäre jetzt die Frage, okay, das, was du da als Maßnahmen, Maßnahmen, gefällt mir in dem Zusammenhang nicht, so wie du deine Arbeit verrichtest, sind die Eltern, warum auch immer, nehmen wir es frustriert. Aber das ist schon, das ist schon zu viel, weil damit gibst du, das ist ja eine Leading Question. Also du sagst ja schon, es ist so frustrierend, wie das Ganze passiert. Deswegen ist es viel spannender, das als Prozess dann zu sehen und zu sagen, hey, wie findest du, eben auf welchen Moralvorstellungen oder wie auch immer passiert das, dass du, oder da haben wir jetzt das einmal aufgemacht, das ist natürlich ein blöder Begriff, aber quasi wie, unter welchen Gesichtspunkten oder Vorstellungen verrichtest du die Arbeit, wie machst du das abholen? Und die gleiche Frage ist ja, das Schöne dann, kannst du ja die Eltern auch stellen. Wie ist für dich das abholen? Wie soll denn das abholen sein? Und dann baust du dir das ja zusammen, weil du kannst ja auch nicht eben zum Elternteil hingehen und sagen so, ja, aber klassisch, bisher hat das immer funktioniert, dass das Abholen so gemacht wurde. Was ist denn ihr Problem? Also dann gibt, dann stülpst du ja da schon so eine Konnotation drauf mit, ja, die Meinung, die sie haben, kann in meiner Moralvorstellung schon nicht mehr passen. Und da sind wir ja wieder im Riesenproblem drin, dass du, du verschließt automatisch das positive Ergebnis, weil du halt sowieso nur negativ denkst und sagst dir, aber hier, da war jemand frustriert. Was sagst du dazu? Wow, danke für dieses nette Gespräch mit, ich habe meine Arbeit schlecht gemacht und irgendjemand war frustriert. Also das finde ich, finde ich auch nicht so toll. Ja, es deutet darauf hin, dass es einfach ein längerfristiges Thema wird. Also ich meine, das war prinzipiell eh klar, also dass du das nicht so heute reinkommst und morgen ist das gelöst, einfach so eine Checkliste, zack, 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 fertig sind wir, dass das einfach länger braucht. Ich denke mir halt oft, ich weiß ja nicht, ob du das vielleicht so mit dem gehen kannst, wenn du nicht den, ich nenne es den Standard, ja, ich bleibe mal dabei, wenn du nicht den Standard immer ändern, wenn du nicht mal den an die Wand malst und einmal sagst, da oben liegt die Latte, dann kannst du quasi auch niemandem vorwerfen, dass er nur da unten war, so ungefähr. Ja, die Frage ist, wie du zu der Latte kommst, das ist, glaube ich, der spannende Punkt, weil es geht ja gar nicht um die, ich meine, Beispiel finde ich super, ja, weil diese Latte ist ja super wichtig, also eben wie du sagst, genau das, was du jetzt gesagt hast, wenn du die Latte nicht hast, kannst du keine Vergleiche anstellen mit, ja, das hat jetzt gut geklappt oder das hat jetzt schlecht geklappt. Der spannende Punkt ist ja, wie kommt die Latte zustande, wie definierst du die Latte? Definierst du die selber alleine, indem du reinkommst und sagst, dort kommt jetzt die Latte hin oder ist eben die Überlegung, was wir jetzt quasi die ganze Zeit schon besprochen haben, versuchst du mal zu verstehen, wo alle individuell ihre Latten hingehängt haben und wieso sie sie dorthin gehängt haben. Auch bei den Eltern, du fragst, wo die, wo, wieso hängt die, hängt der Elternteil die Latte so hoch oder so niedrig oder wie auch immer und dann kannst du dir das ja wieder zusammen, also es ist ja wieder ein Prozess und wieder Analyse. Ich finde es gerade super spannend, weil es genau in dem einhackt, wo man eh, glaube ich, vor zwei Wochen warst oder, nein, das könnte schon vor drei Wochen gewesen sein, mein, wie sagt man, mein Hang dazu, Sachen über andere drüber zu stulpen, das deckt sich genau mit dem quasi, also ich würde, also wenn du mich fragst, wie würdest du das anlegen, dann würde ich sagen, naja, das ist relativ klar, du gehst einmal in dich, denkst einmal ein bisschen darüber nach und dann legst du die Latte halt dorthin, wo sich hingehört. Und ja, es ist, dein Ansatz klingt auch sehr interessant, muss ich sagen. Und das ist halt so ein klassischer, klassischer, ja, wie es anders dann auch sein könnte. Red nochmal über deinen, ich fand ihn sehr, sehr inspirierend. Welchen denn, den Ansatz mit der Latte? Mit anderen auch sprechen und so. Also mit anderen auch sprechen, ja, das ist crazy, oder? Das ist schon weit weg manchmal. Da muss man natürlich dazu sagen, das ist quasi einer der, der wesentlichen Punkte, die mir, ja, da habe ich für das Glück gehabt, weil, das habe ich, schon in der Mitte meines Studiums, bin ich so ein bisschen drüber gestolpert, weil es war jetzt nicht so in dem Riesenausmaß oder Kontext drinnen, dieses ganze, quasi Mediation und Konfliktmanagement Geschichte. Das ist ja, wie ich es ja schon gesagt habe, ich komme ja auch quasi aus dem Schulbereich und habe quasi immer diese Dinge so ein bisschen im Blick, dass man natürlich kommunizieren muss und mit anderen sprechen muss, wie du jetzt so schön gesagt hast, aber quasi diese Mediationsgeschichte ist ja nochmal eine viel zielgerichtete Kommunikationsstrategie, nenne ich jetzt mal als sehr blödes Wort, weil da geht es in vielen Fällen ja um eine, ein Konfliktmanagement und oder halt, ich weiß gar nicht, ob das Deutsch so gut ist, da gibt es Englisch, finde ich, sehr nette Begriffe, die das vielleicht ein bisschen schöner umschreiben, also ich glaube, Conflikt Resolution ist so ein bisschen der schöner Begriff für mich, der quasi Konflikte eben auflösen und nicht nur Management, weil Managing klingt wieder so ein bisschen Hände weg und man versucht so ein bisschen zu formen und Resolution ist ja immer dieses so ein bisschen Auflösen und ein bisschen Klarheit schaffen in dem Ganzen und da sind halt auch in vielen Fällen genau das ist ja das Wichtige, dass du erst mal als Mediator über, also ich glaube auch, das ist ja irgendwie so ein bisschen der, vielleicht der lateinische Begriff oder halt die Definition wie auch immer, also du bist ja, du bist ja zwischen den Fronten irgendwie, also du nimmst ja keine Seite ein, außer es ist quasi von der Maßnahme oder so irgendwie notwendig, sondern du versuchst quasi... Aber heißt nicht doch Ermöglichen? Es kommt doch von ermöglichen. Passt auch super, ja. Aber quasi die Grundidee ist ja eben, dass du nicht dich auf eine Seite stürzt im Sinne von ja, aber hier der Elternteil hat gesagt, das war ganz schlecht und jetzt bist du auch mal irgendwie vor die Wand geworfen und so, ja, und wie stehst du jetzt dazu? Sondern du versuchst quasi mal beide Seiten zu verstehen. Und was ich tatsächlich interessanter finde eigentlich, weil natürlich ist dieses Bildungsthema ist natürlich mir viel näher. Das heißt, ich kann so ein bisschen die Dynamik einschätzen, weil ich weiß, was es dann heißt. Es gibt Elternteile und es gibt die Kinder auch noch und es gibt dann irgendwie die Leiterin oder Leiter, Direktorin, Direktor der Schule, dann gibt es andere Kolleginnen und Kollegen auch noch. Das heißt, da ist mir die Dynamik viel eher klar. Das heißt, wie gesagt, auch selber schon oft genug durchgemacht. Das ist mir verständlich, dass ich sage, ja, du musst zuerst mal mit denen sprechen und mit denen sprechen und dann versuchen irgendwie herauszufinden, wie sich das ergeben hat. Was ich viel schwieriger finde einzuschätzen, ist wie das in einem unter Anführungsstrichen normalen Unternehmen wäre, wo du nicht diese super klaren, abgegrenzten Bereiche hast, die sich in so einem sehr emotionsgeladenen Punkt treffen wie dem eigenen Kind. Weißt du, was ich meine? Weil es ist zwar oft, hast du ein Produkt wahrscheinlich, das irgendwo dasteht und du hast irgendwie den Kundenstamm und die Mitarbeitenden, aber das ist nicht mit so vielen Emotionen behaftet, was mit dem Produkt passiert oder mit dem Service. Und da ist wieder, glaube ich, ein bisschen schwieriger zu sagen, du sprichst mit allen, weil klar musst du mit den Kunden sprechen, aber misst du dem, dem Kunden oder den Kunden die gleiche Moralvorstellung über deinen Service oder deine Produkte zu als dem Elternteil zu seinem eigenen Kind. Es ist halt einfach irgendwie nicht vergleichbar. Deswegen finde ich es sehr, sehr schwer, mich bei diesem Rahmen oder bei diesem Prinzip irgendwie weiter aus dem Fenster zu lehnen, weil sich das halt, die Dynamik ändert sich halt sehr schnell. Ja, ist ein sehr spannender Punkt, das miteinander zu vergleichen. Das zeigt einfach immer wieder, dass man halt die Dinge nicht über einen Kamm scheren kann, weil ich bin immer wieder fasziniert, übrigens, wie viel Emotionalität die Menschen dann trotzdem aber hineinlegen in, wie du sagst, in Produkte, in Servicequalitäten, in was auch immer. Was für mich immer wieder faszinierend ist, man sagt ja dann auch, ja, das ist sein Baby oder irgendwie so, wenn er irgendwie, wenn wer, weißt du, was er schaffen hat, eben ein Produkt zum Beispiel. Und das zeigt vielleicht dann auch ein bisschen, wo das herkommt vom Gefühl her. Absolut, ja. Spannend. Okay, also du meinst sozusagen, über diese Gespräche heraus gemeinsam, ich nenne es jetzt mal Leitlinien, gemeinsam Leitlinien erarbeiten, wären eine Möglichkeit da, da hin. Und was würdest du sagen, wenn die zum Beispiel vom Gefühl her dann, diese Latte für dich jetzt zu niedrig liegt? Wie würdest du mit diesem Widerspruch umgehen? Hm. Ich glaube, das ist gar nicht, ich glaube, wenn man das so, so erklärt, klingt es, glaube ich, dramatischer, als es dann in der Praxis wäre, weil ja, du, glaube ich, in diesem Gespräch ja eigentlich sehr schön, glaube ich, dem näher kommst und du vermutlich auch die Latte schon während dem Gespräch so ein bisschen weiter raufschrauben kannst, weil ja wieder dieser Reflexionsprozess, glaube ich, in vielen Fällen fehlt. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass sehr viele Menschen bewusst die Latte niedrig stellen sozusagen. Das heißt, wenn man das quasi anspricht und das den Menschen vielleicht ein bisschen klarer macht, so, ja, aber okay, du hast ja die, und wieder, man muss ja das ja nicht, man muss ja das nicht mit einer Wertung versehen und sagen, ja, aber eigentlich müsste die Latte hier sein und deine ist hier, ganz unten, wieso ist das so? Sondern eben herauszufinden, wieso ist die Latte dort, wo sie liegt? Und ist es eben möglich, die Latte zu verschieben? Und auch da vielleicht gar nicht werten und sagen, ist es möglich, die noch weiter oben oder nach unten zu verschieben, sondern einfach nur zu fragen, wäre die Latte überhaupt bewegbar sozusagen? Und dann habe ich jetzt so vor meinem geistigen Auge, dass ja dann sowieso dieser Reflexionsprozess dann beginnt und man dann sehr wohl selber auch irgendwie dahinter kommt. Ich glaube, aus dieser inhaltlichen Fragestellung ergibt sich dann die, jetzt nennen wir es die Höhe der Latte sozusagen, dann wird es relativ wahrscheinlich, unter Anführungszeichen, also wenn man sich einig wird, was auch immer das heißt, wird es wahrscheinlich relativ klar sein, wo diese Latte dann liegen soll. Genau, genau. Und da ist es halt, das ist halt wieder von diesem Ganzen, wenn wir das, was ich auch zurückbringe, wieder zu Onboarding und zu Kulturbildung und auch zu, vor allem zu Teambuilding, also besseres Teambuilding gibt es gar nicht, wenn du gemeinsam durch deinen Reflexionsprozess deine gemeinsamen Werte dann feststellen kannst und feststellst, dass ja Dinge veränderbar sind gemeinsam, also das finde ich ein guter Punkt. Was vielleicht auch wieder zeigt, dass auch Werte und die Entwicklung von diesen Werten vielleicht auch so dieser Kreislaufprozess ist, wie du es vorher beschrieben hast und man nicht unbedingt sozusagen die Werte mal an die Wand malen muss zu Beginn, man schadet vielleicht nicht mal mal irgendwie so, aber dass es aus dem heraus auch entstehen kann oder sich daraus dann eben die Diskussion ergeben kann, ja okay, aber wenn wir das so und so sehen, wie steht es denn dann damit und passt das überhaupt zusammen und es zeigt einfach scheinbar, es braucht halt wahrscheinlich Raum und Platz dafür, also es ist, das ergibt ja quasi dann die Schmier, damit die Arbeitsprozesse und der Umgang miteinander gut funktionieren und wahrscheinlich wird es ein bisschen notwendig sein, da auch entsprechend zu investieren, ist das beste Wort, was mir dazu jetzt einfällt. Absolut, absolut und ich glaube, das hast du vorhin auch schon mal gesagt, dass man einfach nicht davon ausgehen kann, dass man irgendwie hinkommt und dann irgendwie siebeneinhalb Stunden später das Problem aus der Welt geschafft hat sozusagen, sondern man möchte, also vielleicht muss man das sogar anders sehen oder einfach nur für sich anders formulieren, ist, dass ja das Ziel bei sowas immer eine Kulturbildung ist und eine Kultur in einem Team oder in einer Gruppe, die baust du halt nicht über eine Mittagspause und einen Nachmittag, sondern die machst du halt über einen bestimmten Zeitraum, weil das einfach ein Prozess ist. Wäre, glaube ich, eine gute Frage, wie wollen wir es denn handhaben? Was meinst du? Naja, also ich habe jetzt gerade gedacht, ja, also Kultur ergibt sich und Kultur wird entwickelt, aber wahrscheinlich braucht es irgendwen, du siehst schon wieder, wo ich herkomme, aber wahrscheinlich braucht es irgendwen, der ein bisschen treibt und ein bisschen vielleicht antreibt oder und den Prozess sozusagen am Rollen erhält und dann kam mir jetzt eben gerade die Frage so recht spontan auf, es tritt ein neues Thema zu Tage oder nennen wir es Problem oder Herausforderung und dann sagst du, na, wie hätten wir es denn gern damit oder wie wollen wir damit umgehen, ne? Dann dauert die Frage, ob du das eine eine fruchtvolle Frage finden würdest oder ob das... Du, absolut, absolut. Also es ist ja, was man bei sowas ja nicht vergessen darf, also nur weil man auch oder zuerst oder wie auch immer man das dann sieht, mit den anderen Menschen spricht, heißt das nicht, dass man sich währenddessen nicht selber Gedanken drüber auch machen kann. Also das ist ja, das darf man ja nicht vergessen, ne? Also genau so ein Beispiel, wenn ein neues Problem auftritt, dann ist ja in dem Kontext, in dem wir jetzt unterwegs sind, ist natürlich die erste Reaktion, ich spreche mal mit allen drüber, wie sehen, wie stehen sie dazu, was denken sie drüber? Aber das heißt nicht, dass ich nicht, bevor ich zu den anderen hingehe, mir schon selber Gedanken mache. Ich muss dann halt vielleicht nur darauf achten, dass ich eben nicht irgendwie Leading Questions stelle, wenn ich dann mit den Menschen drüber spreche, sondern halt einfach sie reden lasse und halt offene Fragen stelle und mir das Ganze dann zusammenbaue und vielleicht auch währenddessen mit meinen schon vorhandenen vielleicht Problemlösungen vergleiche während dem Prozess. Aber eben, wie gesagt, mein Punkt ist quasi, es heißt nicht, dass ich nicht selber schon drüber nachdenken kann oder soll oder müsste sogar, bevor ich hingehe und die anderen frage. Ich glaube, das ist jetzt die, auch noch recht wichtig herauszuheben, weil das hat jetzt immer so geklungen, jetzt würden wir sagen, ja, ja, zuerst mal alle anderen abwarten. Nein, nein, sehr wohl. Man kann sich selber die Gedanken auch machen und schon Lösungsansätze entwickeln, nur muss man halt irgendwie diese, wie sagt man, die Einstellung dazu haben, dass man auch diese Dinge dann wieder verändern kann, wenn sich herausstellt, dass über die anderen Personen was Besseres gekommen ist, sozusagen. Diese Flexibilität. Genau, genau. Genau. Ja, Spannend. Ich finde, finde ich, finde ich wirklich wertvoll, dass man das, also diesen Gedanken nicht, nicht von richtig und falsch, sondern, sondern wie, wie kam es dazu? Was, was waren Gründe für, für dieses und jenes Vorgehen? Was könnte man machen? Wie könnte man es anders machen? Ich glaube, das wären Fragen, die eher in eine Richtung führen, um die Diskussion aufzumachen und zu verbreiten und nicht sozusagen diese Zuspitzung und Veränderung auf, warum hast du das so gemacht, wie du das gemacht hast. Absolut. Absolut. Also finde ich, finde ich sehr, sehr wichtig. Sehr gut. 는 anxious 체 solaat auch. said, dass du da bookst Wasot